Hallöchen und herzlich willkommen zu Minecraft Skysolated mit dem mit dem mit dem Kinsey das bin ich ja und dem Nutokaufsbrot. Oh der ist ja direkt vor meiner Nase erschienen der Nutokaufsbrot. Hey. Hahaha ein Kind sich verprügelt. Warze 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 warze. Kartoffel 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 Nein. Nicht Kartoffeln. Kartoffel. Magie. Mit Magie schmeckt das Essen. Aber wenn du nicht genau weißt was du jetzt machen willst kannst du mir ein paar Zäune machen. Zäune ja ich könnte Zäune machen klar. Oh zwei Stacks mal. Ja kein Problem. Mach dir auch drei wenn du willst. Nö zwei sollte mal reichen. Was hat das eigentlich mit dem Quest Delivering System. Das steht hier schon seit Ewigkeiten rum und hat das brauchen wir für spätere Quests noch. Ich habe mal meinen meinen Quest Book damit verlinkt. Warum auch immer. Warum auch immer genau weil ich es kann. Ah ok. Da war kein Holz drin. da ist Holz drin. Irgendwie habe ich das Gefühl das wird nie mehr das Holz. Aber die Items Ducks sind verstopft. Also müsste das also voll sein. Da ist doch voll viel Holz drin. Ja aber es wird nur langsam mehr. Aber ist ja egal. Wir haben ja trotzdem genug. So ist ja nicht. 4 oder 5 Stacks Holz drin. Ja das stimmt. Ist doch gut. Ja reicht auch. Alles gut 4. Alles gut. Und locker. Easy dick. Alles gut. Alles gut. Na komm. So Stacks. Und stones. Brauchst du auch ein paar Tore. Nö. viel zu viel Sticks hab ich gemacht. Ah 20. Ich bräuchte ja 64. Sind doch nicht genügend Sticks. Tüdelü. Viel zu viel gemacht. Viel zu viel. Ne reicht doch nicht. kulissen. Tühhhhh. Tühhhhh. Da da dada dada dada. Da 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 sehr gut. Tadagooooo. Ah fro zirkus. Tadadadadadadada. Afro zirkus. Tadadadadadadada. Welly, fuhlzirkus. Ah. Justpas 갖고 ich noch mehr. Oh. Lime stone farm. Wie macht er beim Abbauen. Prrr. Macht er. Prrr. realidade runter Mediterranean atualischer Das ist ja seltsam. So, wo ist denn... Ja, vielleicht habe ich es auch ein bisschen verändert. Nur Tucker aufs Brot, der hält sich wahrscheinlich auf der Brücke auf. Ja. Auf der Brücke von meinem Raumschiff. Space. A final fortune. Du kannst aber auch einfach auf dem Weg hierhin schon an der Seite die Dinger setzen. Das könnte ich auch, klar. Wenn ich nicht so eine tierische Angst vor Rändern hätte. Vorm Rändern. Nee, passt schon. Deswegen nimmst du deine Sache nie unkomprimiert auf. Nee. Ich habe überlegt... Naja, mal ein bisschen Technik ins Let's Play bringen. Vielleicht will irgendjemand ja von euch auch ein Let's Play machen da draußen. Ich habe mir überlegt, eine USB-3-Platte zu holen, damit ich unkomprimiert aufnehmen kann. Da bräuchte ich aber erst einen USB-3-Controller, weil mein PC noch gar kein USB-3 hat. Wie wäre es mal mit einem neuen PC? Habe ich auch so überlegt. Ist eine Idee wert. Kein USB-3-Controller. Eieieiei. Ja, das ist schon ein bisschen oldschool, mein Rechner. Aber reicht für Minecraft. Also zumindest bei diesen Grafikeinstellungen ohne Shader und ohne Gedulds. Oh Mann. Sichtweite auf drei Meter gestellt. Ja. Und es ruckelt, weil ich die Chunks wechsle. Na komm. Was? Du kannst ja langsam zu mir begeben. Nö, ich mach lieber schnell. Du sollst doch die Dinger setzen. Mach ich doch. Ja, ja, ja. Aber ich bin halt skilled. Ich kann das schnell. Ah, okay. Oh, da wäre ich ja fast jetzt in die Falle getappt. Oh, ich seh dich. Da muss ich jetzt wohl doch vorsichtig sein. Wolltest du jetzt auch vier breit machen? Oder drei? Was? Bist du das Wahnsinns? Ja, sieht schöner aus. Weil vier ist blöd, weil ich halt hinten mittig angefangen habe. Und bei vier gibt es keine Mitte. Also entweder man müsste hinten alles umbauen oder man macht den ganzen Weg. Nicht angesteckt. War immer schon so. Am Anfang wollte ich halt mal hier ein bisschen was reißen. Ui. Okay, okay. Runter gefallen? Nö, nö. Nur ein Limestone dahin gesetzt, wo er nicht hin sollte. So, so, so. Gleich ist die Brücke da. Du peidi, du peidi da. Also gut. Eins, zwei, drei, drei, vier, 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 vier. Okay. Das ist ein Weltenretter, dieser Server. Hm. So. Oh, Zaun ist alle. Hm. Nein, Teufelskreis. Da muss man ja Zaun machen. Da ist auch noch ein Loch im Zaun. Hm. Also ich würde sagen, wir machen hier, ähm, 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 ähm. Wir machen hier Rechtsverkehr. So klappt das aber nicht so. Nicht so, wie ich wollte. Muss ich da schnell drüber laufen? Ich weiß auch, warum in London und, äh, allgemein in England Linksverkehr ist. Aha. Das kommt noch wegen den Rittern. Die hatten auch nur Linksverkehr? Ja, richtig. Die sind immer links rumgelaufen. Die hatten rechts, glaube ich, ihre Anze. Und deswegen sind sie immer links rum. Ich glaube, so war das. Mal ein bisschen unnötiges Wissen, äh, hier ins Let's Play einbringen. Ich bringe lieber die Bouncepads rein. Au ja, Bouncepads. Juhu. Wir können jetzt ganz schnell wieder zurück. Hui. Ähm, soll ich den Zaun noch höher machen? Nein. Hört sich sicherer an. Versuch das hier jetzt mal. Ach nee, Quatsch. Ob's überhaupt schneller geht. Ich wage es zu bezweifeln. Sonst nimm dein Schwert in die Hand. Oh, scheiße, kein Platz. Geht überhaupt nicht schneller. Und dann... Schade. Machst du Rechtsklick. Und dann? Und dann... Äh, ich weiß nicht. Ich hatte mal so ein Schwert, damit konnte ich springen. Ja, das habe ich aber nicht. Ein ganz normales Sword of Splittering. Sollte man sich mal machen. Warum? Sollte ich mir mal machen, weil das besser ist. Ach so. Weil man damit springen kann. Ja, aber du kannst auch ohne Schwert springen. Ja, aber ich kann da mit dem Schwert weitspringen. Ach so. Schwert weitsprung, weißt du? Sind wir hier beim Weitsprung? Ja, Schwert weitsprung. Bist du jetzt noch Zäune am Machen, oder? Jo, Unmengen, Unmengen. Schon zu viele wahrscheinlich. Aber egal. Haben wir welche auf Vorrat? Hä? Reicht das nicht? Da muss ich den teilen. Zack. Und zackle die, zack. Und hast du nicht gesehen. Und schieß mich tot. Miau. So, 5 und 5. Witzig, dass die, wenn die hier hinkommen, quasi in unserem Fresspalast eintrudeln. Ja, ne? Finde ich ganz amüsant. Dann kannst du gleich ihr Geld da lassen. Wir können ja noch Preisschilder machen. Ja. Ein Smoothie, ein Herz. Ja, auch ein Herz. Aber schön, dass wir jetzt ne Brücke haben. Das find ich toll. Ja, befestigst du sie noch, dann... Ja, ich mach hier Zaun. Warum ist denn da kein Limestone unterm Zaun? Das soll so sein. Lass das bitte. Okay. Äh, Scheibenhonig. Oh, was ist denn da rausgekommen? Ein Sakura-Sappling. Interessant. Sakura hatten wir, glaub ich, schon. Echt? Ja. Sah gerade irgendwie unbekannt aus. Ja, das war, weil Tag wurde. Hm, ich hab schon wieder ein Lack. Sag mal, sind die Chunks so klein? Dein Chunk ist klein. Spassvogel. Ja, ja, ja. Mhm, ja. Ja, 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 ja. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Was? Und wir sagten, nein. Oh. Bin ich schon da? Sind wir schon da, Papastumpf? Und weißt du, was einfach schöner wäre? Hm, was kommt denn jetzt schon wieder? Die Fackeln einfach auch auf den Zäunen zu packen. Aber egal, nee, hab ich jetzt keine Ahnung. Eben war noch kein Zaun da. Ja, das ist, äh, richtig. Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Oh, weißt du was? Wir könnten sogar Blumentöpfe hier an den Rand packen. Jo, jetzt übertreib's auch mal nicht. Ich weiß gar nicht, verbindet sich ein Blumentopf mit dem Zaun? Pff, du fragst mich Sachen. Ich glaub aber nicht. Du fragst mich Sachen. Hm, egal. Jetzt hab ich noch sechs und zwei Stacks Zäune über. Was machen wir damit? Ein bisschen Deko. Ich weiß nicht. Ein bisschen Deko. Was? Ein bisschen Deko, wa? Ein bisschen Deko. Ja, tolle Deko. Deko sieht scheiße aus. Oder? Deko ist nur zu Dekorationszwecken. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Ich baue noch ein... Ja. Das ist eine gute Idee. Wir haben nämlich noch kein Ja. Aber wir haben ein Nein. Ach, nein. Computer sagt nein. Das wäre dann mein Computer, wenn ich Shader installier. Ach, so funktioniert das. Ja. Ah, jetzt ja. Ich hab kein Shader. Ich hab nur ein Vader. Luke, ich bin dein Shader. Herrlich, ehrlich, ehrlich. Talking about nonsense. Luki, ich bin dein Shader. Luki bin dein Shader. Oh, Mann. Okay. Gut. Der hat mir gefallen, der Deko. Luki bin dein Shader. Jetzt ist es aber gut, Kenzie, aus. Auch wenn es witzig ist. Ich hätte auch noch einen Witz, aber ich weiß nicht, ob ich den hier bringen darf. Ja, mach's besser, nicht? Nee. Oh, alles voller Seide. Ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, der, der, der Kinzki macht alles seidig glänzend. Ja. Seidig glänzend muss es sein. Oh, da wäre ich jetzt so fast runtergefallen. Jetzt? Wo ist das denn nochmal her aus seidig glänzend? Das ist auch immer her. Leg dich nicht mit so an. Ja, genau. Du musst immer an die Haare seidig glänzend. Na, komm her. Es ist nicht da. Es ist der Busch. Ja, genau. Genau das. Ähm. Heubein. Ja, den benutze ich jetzt als Treppe. Heu, heu, heu. So, mit dem. Ich mach mal nur einen. Das reicht ja locker. Ladida, bladadidi, bladadu. Schubidu, wap, 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 wap. Och, ne. Brauche ich dafür den anderen Orb, ey. Willst du mich verarschen? Karten-Table. Machst du Magie? Ja, ein bisschen. Ach, nein, das wollte ich nicht. Ist der Harvester schon wieder kaputt? Du hast doch alles kaputt. Der ist... Oh. Nö, der ist... Und da rein, da. Der hat aber gar nicht. Was denn was mit der? Mann. Der arbeitet wirklich nicht. Der arbeitet wirklich nicht. Ja, was hast du denn schon wieder gemacht? Gar nichts. Ja, genau. Ja, siehste, und da ist genau... Nicht aus dem Harvester. Ich hab... Warum macht er denn wieder nichts? Aber ich kann ihn ja aus- und anschalten. Haben wir nicht einen Ausschalter dafür gehabt? Ne, haben wir nicht. Mist. Dann mach ich einen. Ich spare auch noch ein Stückchen. Wir haben einen Juicer zu viel. Ich hab... Warum haben wir auf einmal einen Juicer zu viel? Wie? Hast du auch noch einen Juicer gemacht? Hast du einen Juicer gemacht? Ja, einen. Hast du auch noch einen gemacht? Ach so, ein Squee... Ach so, das ist der Juicer. Ein Juicer. Nicht der Squeezer. Ist der... Ich bring sie immer durch die andere. Ja. Merk mal gar nicht. So, jetzt bist du aus, ne? Ne, bist du nicht. Oh, kennen Sie. Wenn ich jetzt Sherryleaf Snow mach, auch nicht? Ich muss den nochmal abbauen und wieder hinsetzen. Mein Gott. Ja, ja, mach du. Das ist unser Hickhack. Ne, da. Oh, putti, 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 putti. So, Harvester. Da ist er. Und das Tin Upgrade. Da ist es. Oh ja, er fängt sofort an zu arbeiten. Ach so, das ist ein B. Ja, und er wird voll mit Sludge gefüllt. Warum wird er mit Sludge voll gefüllt? Mit Sludge voll gefüllt? Oder voll mit Sludge? Hä? Jetzt arbeite ich wieder nicht. Oh mein Gott. Oder ne. Ne, der verbraucht den Strom sofort wieder. Deswegen war da keine Anzeige. Ich war verliesslich. Alles geht. So, und jetzt kann ich mir endlich mein Spinnenweb machen. Oh Mann, ey. Ja, chill. Ich bin direkt fertig. So dauert es natürlich dann nur noch länger. Ich brauch die wieder. Ich brauch die wieder. Ich hab's raus. So, ey, vier. Ja, mach die rein. Alles klar. Vier? Ich brauch neun. Oder neun. Danke. Bist du, Schatz? Ich hab's gecraftet. La, 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 la. So, heubein. So. Den hatten wir schon mal. Und jetzt haben wir auch Seed Oil. Da müsste ich ja entweder die Quest fertig haben oder die nächste Stufe der Quest erreicht haben. Endlich. Nach drei Folgen. Ach, das ist ne Quest? Dann geh ich mal gucken. Manual de... Was? Wieso brauch ich jetzt nen Scope? Ach, das ist schon wieder neuer Quest. Drei Quests. Die... Ah, okay. Da haben wir etwas. A Task, wo der Spieler braucht ein spezifisches Item. Sie müssen nicht behandelt werden. Klein Reward. Ja, kann ich machen. Kann ich tun. Kann ich machen. Dafür krieg ich... Kann ich nicht. Muss ich hier nen Reward-Bag aussuchen. Ich habe mir... Ich hab zu wenig Platz in der Inventar. Ah, okay. Stell dir mal vor. Das gibt's ja wohl nicht. Nee. Ich schmeiß mal Cobblestone von der Insel als Opfergabe. Wir wollen die Minecraft-Götter ja... Götter ja... ähm... mild stimmen. Kalimoo. Ja, genau. Und da schmeiß ich auch gleich die... Ein Leben. Oh, hätte ich Bock, dich jetzt zu schlagen, ey. Ey, warum? Äh, weil du da mitten am Abhang stehst? Ja, oh, das waren Jungle Saplings. Die wollte ich gar nicht wegschmeißen. Hm, du bist doof. Ich dachte, das war nicht so. Warum schmeißt du Saplings? Du kriegst überhaupt weg. Du kannst dich auch squeezen. Hä? Echt? Oh. Mir relativ sicher, ja. Okay, das wusste ich nicht. Mach die zwei Hives, die ich als Reward bekommen hab, in die Bienenkiste unten, ne? Ich kann die auch gleich wohin bauen. Ich kann ja doch mal eine Insel bauen für Bienen. Aus Cobblestone oder aus Limestone? Ich würde da eigentlich lieber was Schönes machen. Erde. Nimm ich Erde. Ne, 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 aus Holz vielleicht. Ne, muss eigentlich aus Erde sein, weil wir müssen, äh, wir müssen Bäume und wir müssen Pl, äh, Blumen da drauf anpflanzen, also muss es aus Dingsbums sein. Hinter die Schmelze? Oder, was ich jetzt schon gedacht hatte, wäre auch die, also gegenüberliegend vom Schaft auf der, äh, also gegen, also hier so, hier so, da so, da so eine schöne Grasfläche, weißt du, so zur Farm hin, mhm, oh, Enderperle. Nein, ist schon wieder eine fertig? Ja. Oh, schön. Join. Wie viel, wie viel hast du diesmal aus? Ich hab mehr Altems-Dropen hören. Ja, eine Enderperle und eine Enderlily. Oh, wieder nur eine Enderlily. Ich hab immer noch die Hoffnung, dass da mehrere Enderlilys kommen. Ja, die Chance ist bestimmt da, aber halt nicht sehr häufig wahrscheinlich. Wir haben ja noch die Neta-Kiste, da kann ich ja meinen Shit reinpacken. Bis auf die Erde natürlich. Mein Golden Bag of Holding kommt da auch rein. Sicher ist sicher. So, das Schwert weg, das weg, das weg. Die Essen brauch ich ja. Ich glaub, Brainy ist wieder abgeschmiert. Oh, ne. Doch, doch, ich glaub schon. Also Erde behalte ich. Fens ist weg, Watering Can weg. Fluxkapazität. Ich bin tolles Nacki da, ich hab einen Nackster Ball. Ja, gut. Also du meinst jetzt, ähm, ja, okay, ich weiß glaub ich, was du meinst. Das war mich zu zweifeln. Doch, ich glaub ich weiß, was du meinst. Das dauert jetzt ne Weile, meine lieben Freunde. Schaut die Erde an, ist sie nicht schön. Nebenbei sehen wir noch ein paar Fascheln, ein bisschen Cobblestone. Cobblestone, ganz links sehen wir auch noch ein bisschen Limestone. Ich wünschte, ich hab die Schaufel von Tomcraft. Ich würd dir so schnell die Erde hinklatschen. Ähm, bist du in der Nähe von einem Bette? Einem Bette, einem Bette, äh, ja. Ich liege, ich liege darin. Wunderbar. Finde ich das. Und es werde Tag. Sprach Nutokar. Nutokar? Nutokar. Oh. Damit zerstör ich jetzt aber endgültig, ähm, mein versehentliches Konstrukt eines Penises. Das ist gar nicht so schlimm. Da kommt Cobblestone. Haben wir noch Fluiducte? Ja, ne? Bestimmt. Ansonsten, machen. Gehen wir gerade in die Technikkiste. Bittemdukt. Oh nein. Wir haben keine mehr. Oh, Kinsey. Ja? Hör auf zu singen, des nervt. Und da wollte ich es nicht kann, oder was? Äh, unter anderem, ja. Machst du auch einen Rollstuhlfahrer fertig, weil er nicht gehen kann? Wenn du es wärst, würde ich eine Ausnahme machen. Ich glaube auch. Ich mach mal Musi an, noch ein bisschen, jetzt zum Schluss hin. Äh, wir haben nur noch zwei Minuten. Ja, mach ich ja zum Schluss hin. Aber nicht das. Du hast doch vorhin gesagt, du hättest Copper gemacht. Ja. Ist ja eine Schmelze. Und wo ist das? Ach, das ist noch eine Schmelze. Ja. Dann flitz ich mal da hin. Denn das brauch ich für das Fluiduct, Fluiduct, Fluiduct. Ähm, Bronze. Copper. Ja, toll. Das hat sich echt fast alles zu Bronze geschmolzen. Wieso? Nee, da müsste noch ordentlich Kupfer über sein eigentlich. Drei Inguns. Nein, echt? Ja, hat sich alles zu Bronze verschmolzen. War denn noch so viel Zinn da drin? Anscheinend. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich dachte, das Zinn wäre fast alle gewesen. Amateur. Guck mal in die, ähm, Kiste. Neben der Schmelze. Warum? Weil da noch ein Kupferdast drin ist. Ja, und? Soll ich noch mehr? Soll ich noch mehr machen? Noch mehr Bronze? Nee, du kannst es ja im Ofen auch machen. Dann hast du zumindest einen Ingenaut mehr. Ja, ich hab ja jetzt welche. Okay. Das Lied ist ja cool, hab ich noch gar nicht gehört. Oh, ich sollte ja nicht sehen. Entschuldige. Das ist ziemlich nervig. Ja, entschuldige. Ich bin, ich bin, ich bin, ich lass mich so leicht mitreißen. So. Ähm, ich glaube ein, ein Bronze, äh, ein Kupferdach muss ich noch machen. aber das geht ja flott in unserem grandiosen redstone wer hat jetzt die ich bin dann kann sie gleich mal die abmacht macht das finde ich schade ich habe gerade eine minute werde klatschen lassen wir noch mal eben diesen stärker machen alles deine abmacht ja siehst du auch ich habe keine ich habe fehlt nur einer die reihe fertig na gut ja vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen hier ist ein neta portal hier ist eine kiste dass man das darf drin und ich hoffe wir sehen uns nächstes mal wieder bei minecraft skysulated mit dem kensie und d d